der Mäuse und krieg Angst ich höre Fledermaus Geräusche und krieg Panik im Dahlrein wie will ich ich glaube es ist noch nicht vorbei kommt noch was ja 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 da spuckt wieder eine Hilfe ja oh man, oh man, oh man so ich glaube ich fliege jetzt ganz langsam ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam noch langsamer so langsam dass es garantiert und jetzt Mama Ich will nie weg, ich will nie weg, ich will nie weg, ich will nicht weg, ich will raus Scheiße leck mich eh, leck mich fett das gibt es alles nicht dass ich hier das level vielleicht bald mal fertig so nebenbei mal die frage ganz locker eingeworfen ich glaube jetzt müsste es bald fertig sein es ist fertig oder 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 nee es ist noch nicht fertig diese perversen programmierer ich hasse euch ich hasse euch so ich hasse euch ich habe ich habe scheiße mama warum werde ich hier nicht getroffen das habe schon jetzt geträumt oder dass ich hier nichts abgekriegt habe als gute teile des hubschraubers können getroffen werden von diesen dingern ich glaube nur wenn block selber berührt wird von diesen dingern geht er drauf und das ist anscheinend durch riesen zufall eben nicht passiert 108 puls habe ich ich habe es geschafft junge 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 ja ja absolut das unterschreibe ich zehnmal mit fünffacher auswärten oder umgekehrt ich kann nicht mehr klar reden aber war eigentlich die ganze zeit nicht anders ich nehme erst mal ein bonus das gibt es nicht mit einem energiestrich das halbe level durchgezogen alto belly ja wo ist denn diese flohkönigin wo ist es was kommt nun flohmanöver das flohmanöver kommt jetzt also das heißt wir kriegen jetzt einen panzer und überhaupt so weit kommen flohmanöver oh halleluja ein leben na das ist doch was fährt zwar recht langsam das teil aber man hat sogar einen rückstoß beim schießen aber er hauptsache er kann springen das können ja alle panzer ich schwere so einen sachen junge 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 also bis jetzt ist es noch recht harmlos ich weiß genau dass das nicht so bleiben wird so ich glaube hier gibt es irgendwo energie oder ne einen buchstaben auch ganz gut ich habe schon lange kein kontinu nenne ich mehr gehabt wenn ich jetzt game over gehen wäre das nicht so toll unten spuckt schon wieder ja vielen dank schon mit dem ganzen panzer durch so eine kleine lücke nicht schlecht ah hier gibt es energie aber die spucken immer noch da oben so energie aufgetankt sehr gut da spielt sich doch schon gleich beruhigte aber nicht zu beruhig am besten ja oh Oh, who you are? Geht alles recht gemächlich hier voran, aber... Ist jetzt alles soweit? Gibt's hier was? Nicht toll. Hätten sie auch hier eine Wand hinstellen können. Händen da eh nix. Da 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 da. Uh, ach, jetzt bin ich... Immer wieder auf die linke Seite, damit sie mich nicht abknallen hier. So, okay. So, jetzt kommt ein schwieriger Teil, weiß ich schon. Hier balancieren, das war jetzt noch einfacher. Ich glaube, nachher muss ich hier noch solche Barrieren wegschießen auf diesem kleinen Drehteil. Da geht's schon los. An sich wär's nicht schwer, aber man muss aufpassen, weil der Panzer hat ja Rückstoß beim Schießen. Aber... Ich mach lieber ein paar Umdrehungen mehr. So, jetzt kann ich hüpfen. Okay. So. Wo bist du hier? Ja. Oh, man sieht schon den Rückstoß hier. Muss immer wieder ein bisschen dagegen lenken, sonst fällt man in diesen Glibber da unten. Zack. Ja, die Barrieren werden auch immer dicker, also immer öfters dagegen schießen, bis die mal kaputt gehen. Kann ich? Kann ich? Ich versuch's. Okay. Und Head. Ja, jetzt ist schon sehr massiv. Ich versuch's. Ich versuch's. Du hast. Ich versuch's. cima. Ja. Ich versuch's. Ach ja.